Ich habe hier ein leeres Teilbild und werde in den Tragwerksobjekten bei der Tragwerksaufgabe als erstes mal hier bei den Tragwerksobjekten gucken nach dem Tragwerksträger. Profil auswählen, HEB200, genau, Doppelklick drauf. Den werde ich mal vom Referenzpunkt her unten einbauen, Anfang, Ende rechtwinklig abgeschnitten, weil ich von der Höhe das Ding so einstelle, dass der Bezugspunkt auf einer Höhenquote liegt, Höhenquote Null. Okay, dann baue ich das Ding mal hier entlang der Hilfskonstruktion ein, dann baue ich gleich nochmal einen ein mit Referenzpunkt oben und von der Höhe her die Höhenquote auf drei Meter. Dann okay und dann baue ich nochmal entlang der selben Gefangenenpunkte einen drüber. So, Escape. Stand der Dinge für die Isometrie ist das hier zwei Tragwerksträger, auch in der Animation entsprechend sichtbar. So, Tragwerksstütze, Profilauswahl, in der Bibliothek, Bibliothek, Standard, Rohbau, Stahlbau, Nö, Bibliothek, Büro, dass ich auf den Namecheck Profilkatalog zurückgreife, Doppelprofile, Rücken an Rücken, C-Profil, das Ding hätte ich gerne mal, so, Höhe für eine gerade Stütze, hier die Höhenanbindung, Unterkante an unterer Ebene, 20 cm Abstand wechseln, HEA-Träger oder Höhenquote und obere Höhenquote wechseln HEB-Träger, um genau zu sein, 82 zwischen die beiden Höhenkoten passe ich das Ding ein, dann hängt das an der Maus. Ich werde es wohl noch um 90 Grad drehen müssen, wie es der Vorschau entspricht und dann entsprechend eingerückt platzieren, sagen wir mal ausgehend von hier, Y Richtung 0,2, 0,1 eingerückt, tut es schon. So, okay, dann haben wir da die eine Stütze und dann brauche ich da noch eine zweite Stütze, die allerdings schräg gebaut werden soll, selbe Höhenkoten, die soll von hier, ja man kann es mal dreidimensional abgreifen, aber die soll von hier 0,3 eingerückt, nein, Y Richtung 0,3 eingerückt platziert werden. So, da geht sie los und soll mal in Y Richtung 1,5 Meter mit dem oberen Ende weiter ankommen. So, das ist die Vorschau, klick, dann schließe ich das mal, aber wenn man es im Grundriss abgegriffen hat, dann kann er die Höhen nicht gescheit abgreifen, per Doppelklick linke Maustaste hinterher gehen, weil er greift die Höhen eigentlich mal aus der Isometrie ab, man will die Höhen erst hinterher haben oder man baut sie im Grundriss so ein und definiert die Unterkante als ersten Punkt bald bei 0,2 und die Oberkante als zweiten Punkt bei 2,8 Meter Höhenkote. Okay, okay. So, das Ding ist gebaut, schauen wir uns mal die Seitenansicht an. Okay, wenn ich die Stütze per Doppel-Links-Klick nochmal angehe, habe ich jetzt hier für das obere Ende keine Möglichkeit die Form auszubilden, außer Winkel Anfang und Ende, aber die weiß ich jetzt nicht. So, dann schließe ich das mal. Dann gibt es per rechte Maustaste auf das Bauteil die Möglichkeit ein Linienbauteil an ein Linienbauteil anzuschließen. Nur die Stütze ändert genau an der Ebene, wo ich anschließen möchte. Das heißt, wenn ich da draufklicke, ist die Stütze ausgewählt und sie schließt hier an die Ebene dran. Machen wir nochmal Escape, fangen wir es nochmal von vorne an mit der rechten Maustaste, Linienbauteil an Linienbauteil, weil ein kleines Zusatzhäkchen, was sich hier oben ergeben hat im Menü, Endkontur anpassen, wäre ja noch nicht schlecht. Wenn man das auswählt und dann hier an diese Ebene dran geht, na, der muss sich schon fangen, an welches Tragwerksbauteil, an das untere Ende, also ich habe es angefahren, dass das untere Ende als untere Seite rot markiert wird. Klick, jetzt ist er da in der Lage das gescheit anzuschließen. So, ich bin immer noch im Werkzeug, Linienbauteil an Linienbauteil, schauen wir uns das mal das da unten an. Diese Tragwerksstütze klicke ich an und soll unten an die rot markierte Ebene anschließen. So, hart angeschlossen. Dann kann ich es noch mit Escape abschließen. So, und dann wäre es eigentlich soweit fertig das Zeug mit den Tragwerksobjekten, mit der Stütze, mit der schiefen Stütze und ein paar Trägern. Tragwerksobjekte